Möchtest du deutlicher sprechen, das Nuscheln loswerden, dann habe ich für dich hier zwei kleine Übungen dabei, die schnell und einfach umzusetzen sind und du wirst hinterher besser sprechen. Die erste Übung, gähne einmal öfter. Ja, du hast richtig gehört. Gähnen öffnet nämlich hier das Kiefergelenk und du musst also den Mund richtig weit aufmachen. Ah, gähnen wie ein Löwe. Diese Übung hilft, um die Kieferöffnung zu vergrößern und du wirst besser artikulieren. Und die zweite Übung, die hast du möglicherweise auch schon mal gehört, Lippen flattern. Das machen kleine Jungs, wenn sie Autorennen spielen. Diese Übung lockert diesen gesamten Kieferbereich und auch sie hilft sehr, dass du deutlicher sprechen kannst.